Anzeige Hamburg, Deutsche Presseagentur, der Corona-Verdachtsfall im näheren Umfeld des Frauen-Bundesligisten Handball-Luxe Buchholz 08 Rosengarten hat sich nicht Der Trainings- und Spielbetrieb wird am Montag wie gewohnt wieder aufgenommen, teilte der Verein am Sonntag mit Am Vortag waren die Spielerinnen in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der Handball-Bundesliga der Frauen, HBF, vorsorglich in Isolation Das Spiel gegen die HSG Bad Wildungen bei BOS wurde abgesagt Das nächste Heimspiel gegen den Thüringer HC findet wie geplant am Mittwoch, 20.00 Uhr sportdeutschland.tv, statt Die Partie gegen Bad Wildungen wird am kommenden Samstag, 0.00 Uhr, nachgeholt Copyright Symbol, Deutsche Presseagentur Info.com, Deutsche Presseagentur, 2102149 436.503 Halbe Anzeige Mitteilung HL Buchholz Rosengarten Millionen Appel Anzeige Mitteilung HL Buchholz Amen. Amen.